hallo es geht heute um effizienz genauer gesagt um effizient lösbare probleme wir hatten in der vergangenheit ja eine menge schwer lösbare probleme oder gar unlösbare probleme gesehen man kann auch mal probleme suchen die etwas leichter sind und was genau das heißt im sinne der komplexitätstheorie oder heißen könnte das wollen wir uns gleich näher anschauen mein name ist marcus kutsch willkommen zurück zu den videos zur theoretischen informatik und logik hier an der tu dresden ja effizient was bedeutet schon effizient alles soll effizient sein heutzutage wenn wir rechnen wenn wir programme abarbeiten software betrachten dann ist der begriff sicherlich dehnbar genau genommen heißt effizient ja nicht schnell sondern mit gutem einsatz der mittel es kann auch sein dass wir etwas effizient lösen was sehr schwer ist und dann entsprechend viel ressourcen brauchen das ist aber in der regel nicht gemeint wenn jemand einen effizienten algorithmus beschreibt dann soll es auch einer sein der schnell ist in einem gewissen sinn klar ist natürlich dass schnell verschiedene dinge heißen kann aber zb lineare algorithmen gelten uns in der regel als effizient ja das sind also algorithmen bei denen man zeit oder speicher benötigt in einem umfang der proportional ist zur größe des problems und das sollte man schon investieren können wenn man ein größeres problem löst dass man auch entsprechend mehr zeit investiert wenige probleme sind so dass man ein geringeres wachstum hat für die berechnung als als es durch die steigende größe vielleicht nahe liegen das wäre seltsam okay das ist also intuitiv klar ist aber leider wie sich herausstellt kein besonders guter begriff um effizienz technisch zu fassen weil sie ahnen es dass lineare zeit zum beispiel linearer speicher keine sehr robusten begriffe sind ja der begriff linear ist nicht stabil unter verschiedenen variationen die wir in betracht ziehen wenn wir programme modellieren in touring maschinen modellieren oder mit anderen berechnungsverfahren modellieren er ist auch nicht robust gegenüber implementierungs details er ist auch nicht robust gegenüber codierungs details mit anderen worten linearität ist eine feine sache aber sie hängt von so vielen randbedingungen ab dass man sie nicht ganz allgemein einem problem zuschreiben kann ich kann nicht sagen dieses problem an sich ist ein linear lösbares problem da muss ich schon noch viel genauere angaben dazu machen welches maschinenmodell ich verwende und wie ich das dann implementiert habe vielleicht und natürlich wie das problem kodiert und deshalb das hatte ich ja schon mehrfach erklärt benutzen wir gern als verallgemeinerung von linear oder von effizient polinomiale zeit als eine immer noch in unseren ohren zumindest gerne niedrig klingende schranke ja also polinomiale zeit p time war so definiert dass wir einfach die vereinigung aller zeit klassen haben die man mit einem polinom beschränkt und das kann ein polinom ersten grades sein dann ist es tatsächlich eine lineare funktion es kann aber auch ein polinom höheren grades sein jetzt kann man sich fragen ist das gerechtfertigt ist es eine gute idee dass man das als effizient betrachtet und wenn man sich mal veranschaulicht wie verschiedene funktionen wachsen und da gibt es ja einige nicht nur polinomen nicht wahr es gibt auch exponentielle funktionen zum beispiel dann kann man schon durchaus zu dem schluss gelangen das polinome im vergleich zu vielem anderen ziemlich effizient zu sein scheinen ja hier sehen sie mal eine kleine darstellung logarithmische skalen hier in y richtung zumindest das heißt beachten sie die beschriftung hier wächst die potenz sehr schnell und dementsprechend ist die zeit auch wenn sie hier in einer sehr kleinen einheit gemessen wird kurz nach schon hier auf niedriger höhe relativ lang ja das sind 1000 jahre das ist das alter des universums während wir hier nur relativ kleine eingaben haben eine in so einer logarithmischen skala erscheint eine exponentielle funktion linear die fakultät ist noch schlimmer als das während polynome sich alle wie logarithmen entwickeln ja also sehr sehr langsam wachsen hier wir erreichen nicht mal eine minute in dieser in diesem abstand hier n selbst kommt natürlich nicht über 10 hoch 2 hinaus in dieser skala okay das also gibt uns schon einmal zuversicht zu sagen ja tatsächlich gibt es einen riesigen unterschied zwischen algorithmen die im schlimmsten fall exponentiell lang brauchen und algorithmen die nur polinomier der zeit verbrauchen aber natürlich ist diese diese korrespondenz zwischen effizienz und polinomialität nicht perfekt ja es gibt auch andere polinome nehmen wir zum beispiel mal n hoch 10 das ist immer noch kein sehr hoher grad da sehen sie aber das kann auch sehr schnell wachsen auch wenn die gesamtform der hier unten ähnelt und auch irgendwann nicht mehr wesentlich steigen wird in diesem in dieser skala zumindest haben wir hier schon bei größe 40 50 die 1000 jahre grenze überschritten und also definitiv keinen praktikablen algorithmus mehr ja also man sieht so einfach ist es nicht polinomiell gleichzusetzen mit effizienz die frage ist also wie weit kommen wir damit ja ich hatte gerade schon gesagt es wird gerne als mathematisches modell verwendet vielleicht auch deshalb weil wir gezwungen sind so weit zu gehen weil wir eben diese robustheit brauchen weil wir sonst nicht viel sagen können aber bei hohen graden ist natürlich auch ein polinom unter umständen sehr problematisch und solche hohen gerade können auch manchmal auftreten und natürlich was man nicht vergessen darf hohen notation ja wir verstecken die konstanten faktoren und auch die können in einzelfällen zumindest sehr groß sein ähm und äh da hilft uns linear speed up recht wenig in der praxis das hatte ich schon besprochen damit kann man ähm in der praxis äh die algorithmen auf unseren universal rechnern mit festem arbeitsalphabet nicht wirklich beschleunigen okay insofern könnten sie jetzt sagen okay polinomalität ist ein rein mathematisches modell ist eigentlich von geringem interesse wenn man äh wirklich herausfinden will ob ein ähm programm schnell läuft oder es theoretisch begrenzen möchte aber so einfach sollten wir es uns dann doch nicht machen so schlecht ist polinomalität auch nicht ja denn ähm p ist dennoch von praktischem interesse und auch von theoretischem warum von praktischem naja ganz einfach weil die erfahrung zeigt dass die meisten polinomiellen probleme die wir also antreffen und von denen wir sehen dass die algorithmen die wir verwenden ähm polinomiell sind so geartet sind dass wir am ende in quadratischer oder kubischer zeit landen das ist schon typisch ähm während zum beispiel äh der zehnte grad hier bei polinom eher selten auftritt ja es ist durchaus möglich dass man so eine abschätzung kriegt wenn man ein problem neu entdeckt hat und das erste mal eine lösung findet aber wenn man sich etwas damit beschäftigt und optimiert kann man oft niedrigere grade finden ja also es ist schon so dass wir eine starke konzentration in den niedrigen graden haben was die praxis betrifft insofern ist polinomialität natürlich theoretisch sehr allgemein es könnte auch x hoch 1000 sein aber wenn ein algorithmus polinomiell ist dann stellt sich oft heraus dass er tatsächlich recht effizient läuft und ähm ja in der theorie kann man trotz auch sagen dass es sinnvoll ist das zu betrachten denn ähm da geht es uns natürlich allgemein nicht so sehr um die tatsächliche laufzeit tausend jahre oder eine minute das macht keinen wirklichen unterschied wenn ich mathematik betreibe äh aber die äh kategorisierung eines problems als ein problem was man in polinomia zeit lösen kann liefert uns auch grundlegende und tiefe einsichten dahingehend wie dieses problem beschaffen ist ja also ein p problem ist eben in vielerlei hinsicht anders und ähm fühlt sich auch anders an wenn ich es mal so salopp sagen darf als ein problem was zum beispiel exponentielle zeit braucht oder was auch in np zu lösen ist ja die nicht deterministisch polinomiale zeit also ähm das merkt man übrigens auch als programmiererin ja also wenn sie ein problem lösen und ähm selbst wenn sie vielleicht nicht genau analysiert haben in welcher komplexitätsklasse das ist sieht man recht schnell dass es sich doch ganz anders anlässt wenn das problem äh mit polinomiellen methoden bearbeitet werden kann als wenn es zum beispiel in np liegt und man keine bessere lösung als das kennt weil dann muss man ganz andere algorithmische herangehensweisen suchen um da vorwärts zu kommen gut ähm insofern eine übereinstimmung mit schwächen aber trotzdem keine ganz schlechte übereinstimmung was sind jetzt typische probleme in p und ähm natürlich könnte ich jetzt allgemein sagen sie kennen sicherlich viele probleme in p viele algorithmen die man betrachtet sind äh in polinomierer zeit laufen in polinomierer zeit aber viele davon sind auch nicht äh besonders typisch für polinomierer zeit könnten auch mit weniger aufwand also wir kommen noch zu logarithmischem speicher gleich ähm gelöst werden ähm typische probleme für polinomierer zeit äh sind zum beispiel ähm probleme aus der logik ja das ist was was wir allgemein schon beobachtet haben in meiner vorgänger vorlesung hier formale systeme die videos automaten und sprachen hatten wir auch gesagt logik äh eignet sich gut dazu probleme verschiedener schwierigkeit äh zu definieren und in der logik kommen ähm verschieden schwere bis hin zu sehr schweren problemen natürlich vor und man kann das relativ gut abstufen gleichzeitig mit nicht allzu viel aufwand äh erklären insofern immer eine gute quelle ein guter quell für berechnungsprobleme auch wenn sie noch relativ abstrakt sind natürlich im vergleich zu anderen praktischeren problemen die aber dann aufwendiger zu beschreiben sind okay also die logik in diesem fall wenn wir in p sind sollte die logik nicht allzu kompliziert sein und das was wir da schon kennengelernt haben waren sogenannte horn klauseln ja das ist also wir machen aussagenlogik propositionale logik es gibt nur solche propositionen hier atome der aussagenlogik p1 bis pn die können wahr oder falsch sein q kann auch wahr oder falsch sein und die einzigen formeln die ich zulasse haben diese form ähm eine konjunktion aus solchen propositionen p1 und p2 und p3 und weiter bis pn impliziert q wir erlauben dass hier keine vorbedingung steht in diesem fall ist q einfach ohne vorbedingung wahr das ist so ein sogenannter fakt und ähm ich möchte auch erlauben dass q weggelassen wird auch wenn das hier nicht steht was äh ein gewisses manko dieser folie ist aber dafür bin ich ja da ihnen das zu erklären äh ich möchte auch zulassen dass q weggelassen wird in diesem fall möchte ich das als ein falsches eine falsche proposition hier betrachten also wenn q fehlt dann ist das zu lesen als p1 und p2 und punkt 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 und pn impliziert falsch also führt zum widerspruch das braucht man auch denn wenn man das nicht hat kann man überhaupt keine widersprüche auslösen und dann wird das was ich hier gleich sage ziemlich uninteressant okay das sind also die formeln die wir betrachten ganz einfache aussagen logische formeln haben sie sicherlich auch schon irgendwo gesehen auch wenn sie formale systeme nicht gehört haben und auch welche die man wirklich sehr leicht interpretieren kann wenn eine bestimmte menge von dingen gilt dann gilt auch einiges andere und das kann man sich vorstellen dass das rekursive einflüsse hat ja wenn also etwas wenn das q jetzt gilt wenn ich das herausfinden sollte dann kann es sein dass ich im nächsten schritt mit hilfe von q wieder weitere dinge herausfinden kann ableiten kann und so leitet man immer mehr sachen ab bis man irgendwann nichts mehr ableiten kann das ist ein sehr einfaches verfahren und das reicht tatsächlich schon aus um alle dinge herzuleiten die hier logisch folgen was logische folgerung ist das möchte ich im detail gar nicht weiter besprechen ich habe hier auf der folie nur beschrieben was erfüllbarkeit ist das kennt man auch ja selbst wenn man nur ein wenig aussagenlogik gehört hat eine formel ist erfüllbar wenn sie eine für eine wertzuweisung auf wahr abgebildet wird also wertzuweisungen geben uns war oder falsch für jede proposition und dann mit so einer zuweisung kann man ausrechnen ob die formel stimmt oder nicht etwas falsches darf etwas wahres implizieren etwas wahres etwas wahres oder etwas falsches etwas falsches sollte nur niemals etwas wahres etwas falsches implizieren das kann man also prüfen für eine zuweisung an wahrheitswerten und eine menge von formeln ist nun erfüllbar wenn es zumindest eine wertzuweisung gibt für all diese proposition die alle elemente dieser formel menge gleichzeitig wahr macht okay das ist erfüllbarkeit und erfüllbarkeit wie man sieht ist also nur interessant wenn es möglich ist irgendwas den widerspruch abzuleiten also manchmal auch was falsches zu kriegen nicht nur immer neue kurs deshalb glaube ich das okay damit erhalten wir ein problem das sogenannte erfüllbarkeitsproblem propositionaler hornformeln kurz als horn satt bekannt ja satt das erfüllbarkeitsproblem der aussagenlogik ist auch sehr berühmt berüchtigt in der informatik horn satt also das mit diesen einfachen formeln und dieses problem ist gegeben als entscheidungsproblem bei dem ich eine menge von solchen formeln als eingabe erhalte und dann entscheiden soll ob diese menge erfüllbar ist oder nicht und das ist ein problem was typisch ist für p das hatten wir in formale systeme schon einmal besprochen können das video auch gerne noch mal anschauen und in diesem sinne ist relativ leicht das hier zu sehen dass es in poinomere zeit lösbar ist so wie es gerade erklärt hat man bildet einfach immer neue ableitungen bis es keine neuen mehr gibt schaut dann ob man einen widerspruch abgeleitet hat oder eben nicht es ist aber auch typisch für p in dem sinne dass es p vollständig ist wie wir gesehen haben also dazu wird es noch mehr zu sagen geben zur eigenschaft der vollständigkeit bezüglich einer bestimmten komplexitätsklasse aber es heißt letztlich dass es zu den schwierigsten problemen in p time gehört also dass es ein problem ist was man nicht bekanntermaßen in irgendeiner kleineren klasse auch lösen kann okay das ist also ein problem in p von dem wir schon gesprochen haben es gibt noch mehr probleme in p und auch noch mehr mehr oder weniger typische probleme in p hier ist noch eines was ich ihnen nennen möchte das ist das sogenannte zwei sat problem auch das ist nah an problemen die sehr bekannt sind drei sat haben sie vielleicht auch schon gehört im zusammenhang mit np ist auch ein ganz einfaches polinomiell lösbares problem der aussagenlogik dazu noch wieder ein paar begriffe aus der logik wieder zur erinnerung das haben sie alles schon mal gehört vielleicht ein literal nenne nennt man ein aussagenlogisches atom oder eben ein aussagenlogisches atom mit einer negation davor eine klausel ist dann eine disjunktion von literalen erstes literale oder zweites oder drittes oder viertes und so weiter die man auch oft einfach als menge schreibt weil man weiß es ist eine disjunktion muss man sich nicht die mühe machen das disjunktionszeichen extra hinzuschreiben da reicht uns ein kommer und außerdem wissen wir ja auch bei disjunktion ist es egal die reinfolge oder multiplizität der gleichen elemente spielt keine rolle ja a oder b ist dasselbe wie b oder a und das trifft sich sehr gut mit den eigenschaften von elementen in einer menge deshalb bietet es sich anders so zu schreiben eine formel in klauselform ist jetzt eine konjunktion von klauseln das heißt wir haben wir verunden viele klauseln miteinander das können wir auch als menge darstellen ebenso weil eben konjunktion kommutativ ist und idempotent und das der eigenschaft von elementen in mengen entspricht ok da sind also das ist also die klauselform und das zweisat problem ist jetzt ein besonders einfaches problem was sich ergibt für formeln in klauselform wir betrachten nämlich eine aussagenlogische formel f in klauselform also so eine konjunktion von klauseln die eine disjunktion von literalen ist mit der besonderen eigenschaft dass jede klausel höchstens zwei literale enthält deshalb zweisat ja die klauseln sind klein ich kann viele davon haben aber die sind jeweils höchstens zwei elemente groß können auch nur ein element enthalten gar kein element zu enthalten macht nicht viel sinn das wird gemeinhin als falsch interpretiert und wenn das schon in der eingabe vorkommt dann ist die formel von selbst unmittelbar falsch ok sie kann aber auch falsch also unerfüllbar sein wenn die leere klausel nicht gleich auftritt sie kann also widersprüchlich sein das was dort in den klauseln gefordert wird und es ist also eine interessante frage ob f erfüllbar ist und diese frage lässt sich ebenfalls in polinomierer zeit lösen ist also auch ein beispiel für ein polinomieres problem mit logischem anstrich ok gut wieso das so ist können wir uns auch noch ein bisschen genauer anschauen ja wieso ist das in polinomierer zeit lösbar dafür gebe ich ihnen einen kleinen algorithmus den ich hier auf der nächsten folie vorbereitet hat ja satz 2 sat ist in p wie kann man etwas erkennen als in p befindlich dazu gibt man einfach einen algorithmus an und stellt fest dass er in polinomierer zeit läuft das ist die einfachste und direkteste art und weise die das enthalten sein in einer komplexitätsklasse zu zeigen wir geben einen algorithmus an der dieser komplexitäts beschränkung läuft ok geben wir also einen algorithmus an und dazu können wir einen algorithmus verwenden den wir im prinzip auch schon kennen aus der vorlesung formale systeme da hatten wir über resolution gesprochen als ein verfahren zum schließen mit logischen formeln und resolution ist an sich schon ein relativ einfaches verfahren gibt nur eine art von berechnungs schritt die man da den man da durchführen darf und in diesem fall wo man nur klauseln mit zwei elementen hat ist es noch ein wenig einfacher die idee bei einem resolutions schritt war man nimmt zwei klauseln die schon gegeben sind zum beispiel in der eingangs gegebenen klausel menge oder weil man sie schon berechnet hat und die diese besondere struktur haben dass nämlich in der einen klausel ein atom auftaucht eine proposition und in der anderen klausel die negation der gleichen proposition also p und nicht p und dann noch irgendwas anderes l1 l2 hier literale ja könnte irgendwas sein mit oder ohne negation und wenn man zwar ein solches paar findet von klauseln dann darf man eine neue klausel bilden die nur noch den rest enthält also wo man p und nicht p herauskürzt aber l1 und l2 behält und diese klausel fügen wir so dann zu unserer klausel menge hinzu und rechnen damit weiter wenn l1 nicht vorhanden ist es ist ja auch erlaubt dass eine klausel nur ein element hat oder l2 nicht vorhanden ist dann wird die erzeugte klausel entsprechend kleiner ausfallen das kann also passieren es könnte sein die klausel ist kleiner was nicht passieren kann ist dass die klausel größer wird denn wir haben ja schon immer nur klauseln mit zwei elementen und wenn man die reserviert entstehen wieder klauseln mit höchstens zwei elementen mehr kann da nicht enthalten sein höchstens weniger es gibt aber jetzt einfach nicht so viele verschiedene klauseln mit zwei literalen nämlich nur quadratisch viele über einer gegebenen menge an literalen die ja im input schon vorgegeben sind wir finden ja niemals neue literale hinzu das heißt also der algorithmus terminierten poinomier zeit nämlich dann spätestens dann wenn er alle möglichen klauseln gebildet hat die hier zu bilden sind und nichts mehr neues entsteht okay und das kann man auch leicht poinomier feststellen das heißt das ist ein poinomier algorithmus und gleichzeitig ist es ein resolutionsverfahren das heißt aus der allgemeinen korrektheit und vollständigkeit von resolutionen für das logische schließen in der aussagen logik kann man ableiten dass das also auch für solche speziellen zwo sat formeln korrekt funktioniert okay und ja falls sie es vergessen haben was heißt hier funktionieren ja resolution leitet also unter umständen eine leere klausel ab das passiert immer dann wenn man zwei einer klauseln resolviert die entgegengesetzt sind und eine solche leere klausel ist als falsch zu interpretieren und das bedeutet dass man gezeigt hat dass die formelmenge einen widerspruch impliziert das heißt dann hat man die unerfüllbarkeit ermittelt und wenn das nicht passiert dann weiß man die formelmenge ist erfüllbar also damit kann man das sicher feststellen und korrektheit heißt hier dass das tatsächlich sicher eintritt eines dieser beiden fälle und dem tatsächlichen erfüllbarkeitsstatus der formelmenge entspricht mit der man angefangen hat okay das soll im wesentlichen erst mal reichen für die betrachtung von beispielen für p und für die logik auch erst mal wir wollen uns ja mit komplexität beschäftigen und logik heben wir uns im wesentlichen verspielt auf das sind also polynomielle probleme die wir jetzt mal gesehen haben und wie gesagt sie kennen viele andere polynomielle algorithmen aus ihren algorithmen grundlagenkursen jetzt kann man sich fragen natürlich geht es auch noch effizienter könnte man jenseits von polynomieller zeit noch bessere noch schnellere algorithmen finden und da stellt man natürlich fest ja linear könnte besser sein als quadratisch aber da haben wir gesagt das können wir nicht unterscheiden also auf dieser ebene kommen wir nicht so richtig weiter mit anderen worten wenn wir eine robuste klasse wollen also die robust gegenüber bestimmten änderungen im maschinenmodell und der kodierung der eingabe ist und wir wollen dass diese robuste klasse linear zeit algorithmen enthält dann enthält sie auch beliebige polynomielle algorithmen das gibt da kein end drinnen das heißt wir müssen uns irgendwas anderes überlegen wenn wir noch einfachere probleme finden wollen jetzt könnte man natürlich sich überlegen dass man vielleicht subpolynomielle laufzeit sich wünscht also laufzeit die kürzer ist als irgendein polinom das ist aber etwas was nicht so einfach ist sublineare zeit das können wir mit dem normalen touring maschinen modell nicht abbilden einfach deshalb weil wir ja zumindest wenn das problem interessant sein soll die ganze eingabe lesen sollten ja also einmal die ganze eingabe zu lesen das wäre schon wünschenswert auch wenn fast nichts zu rechnen ist ansonsten und das dauert eben linear viele schritte da geht kein weg dran vorbei es gibt durchaus wege das hatte ich schon erwähnt rechenmodelle zu entwickeln oder zu definieren die sublineare zeit fassen können dafür braucht man aber irgendeine form von parallel verarbeitung so dass man irgendwie den gesamten die gesamte eingabe liest ohne dass man so viele proportional viele schritte braucht vielversprechend dafür uns mit unserem traditionellen touring maschinen modell ist der sublinearer speicher das hatten wir schon kennengelernt das ist machbar wenn man ein getrenntes schreibgeschütztes eingabeband erlaubt ja auch hier brauchen wir natürlich linear viel speicher für die eingabe das ist nicht zu vermeiden aber wir können diese eingabe getrennt halten von unserem arbeitsspeicher indem wir einfach zwei bänder benutzen und dann können wir den arbeitsspeicher entsprechend beschränken und damit erhalten wir komplexitätsklassen die hatten wir als l für den deterministischen fall also log space bezeichnet und nl für den nicht deterministischen fall n log space ok und diese beiden klassen sind also tatsächlich haben wir festgestellt in p enthalten das ist also ihre natürliche reihenfolge ich hatte aber auch gesagt wir wissen nicht so recht ist das eine echte inklusion oder gibt es ist es vielleicht so dass alle dinge die man in p schaffen kann auch in log space zu schaffen sind dass es nicht so ist hat bisher niemand beweisen können aber es gibt schon starke anhaltspunkte dass das nicht so sein wird wahrscheinlich also das wird momentan nicht vermutet die beiden klassen haben doch schon ziemlich unterschiedliche eigenschaften an manchen stellen es ist aber auch natürlich so dass log space als an sich als speicher beschränkte klasse und speziell noch mit dieser logarithmischen beschränkung etwas schwieriger zu fassen ist ja das ist einfach nicht so intuitiv wenn wir was programmieren dann interessiert uns in der regel zwar schon der speicher verbrauch aber wir denken nicht in solchen funktionen oftmals also ich habe jetzt ein programm geschrieben was logarithmisch speicher nur braucht ja die meisten leute interessiert ihre laufzeit in erster instanz und es ist dann schwer sich vorzustellen was genau in so einer speicher beschränkung überhaupt möglich ist und dann kommt eben noch dazu dass es jetzt ein logarithmus ist also eine funktion die noch sublinear wächst und von der man vielleicht auch nicht sofort sieht was dann überhaupt geht insofern ist es gut ein paar intuition zu haben und dazu habe ich Ihnen eine folie vorbereitet was kann L ein Algorithmus mit logarithmischem speicher kann das folgende er kann eine feste anzahl an binär kodierten zählern speichern ja binär kodiert klar ist eine sehr effiziente kodierung die binäre ja die terner oder die dezimalkodierung oder die hexadezimalkodierung ist auch entsprechend effizient nur unnäher sollte man nicht kodieren da braucht man zu viel Platz aber binär kodiert ist effizient sie können sehr große zahlen mit sehr wenigen Bits darstellen wie wenig Bits sind das naja logarithmisch viele eben im vergleich zur höhe der des betrags der zahl das heißt solange die beträge der zahlen nicht größer als linear werden oder o linear ja also faktoren können wir da auch noch irgendwie unterbringen dann ist es möglich die in logarithmischem speicher binär kodiert zu speichern ebenso können wir speichern eine feste anzahl von zeigern auf eine position in der eingabe weil natürlich letztlich ein pointer nichts weiter ist als die zahl des eingabefeldes also wenn ich eine zahl speichern kann bis zur höhe n dann kann ich auch die zahl als pointer benutzen und was man auch tun kann mit logarithmischen Algorithmen man kann den inhalt von mehreren zählern oder von den speicher stellen auf die die zähler zeigen wenn es pointer sind miteinander vergleichen das gelingt auch in logarithmischem speicher okay und mit diesen wenigen möglichkeiten kann man schon viele einfache algorithmen gut umsetzen also wichtig auch hier bei beiden diesen dingen die anzahl von zählern und pointern ist vorher fest vorgegeben die hat also nichts mit der eingabe zu tun ich kann nicht mehr zähler verwenden wenn ich ein längeres eingabe wort verarbeiten will sondern das muss vorher definiert sein aber die zähler können in ihrem betrag wachsen abhängig von der eingabe okay damit kann man schon einiges machen ein einfaches beispiel betrachten wir die sprache aller wörter über den beiden symbolen 0 und 1 welche die gleiche anzahl an nullen wie einzel enthalten wie könnte man das kodieren naja ich skizziere das nur wir verwenden zwei zähler für die beiden zahlen die turing maschine liest das wort von links nach rechts und in jedem schritt wird jeweils der zähler erhöht der wird die das entsprechende zeichen steht am ende des wortes wenn also ein blank gelesen wird werden die beiden zähler miteinander verglichen und auf die art wird entschieden ob jetzt akzeptiert wird oder verworfen so können wir log space algorithmen gut skizzieren auf dieser ebene wollen wir die in der regel darstellen sie exakt als turing maschine darzustellen ist wesentlich aufwändiger ja also diese ganzen operationen zähler miteinander zu vergleichen zum beispiel oder verschiedene zähler zu erhöhen je nachdem was man gerade liest das ist zwar alles machbar aber es ist nicht ohne also man hat da relativ viel technische details wenn man so arbeiten will aber wenn man auf der allgemeinen ebene skizziert ist das auch schon relativ klar dass es machbar ist und man kann trotzdem noch gut den bezug zu log space sehen wenn man eben mit zählern und zeigern argumentiert noch ein beispiel die sprache palindrome ja palindrome haben wir schon kennengelernt sind also wörter die von hinten wie von vorn gleich gelesen werden können ja lagerregal die können können wir auch erkennen wollen in einer maschine und das geht auch ganz elegant in log space wir verwenden zwei pointer in die eingabe der eine bleibt auf der ersten stelle der andere wird initialisiert für die letzte eingabestelle dafür müssen wir ans ende des bandes gehen und entsprechend oder letztlich müssen wir zählen wie viele eingabefelder belegt sind und dann gehen wir wie folgt vor wir vergleichen die speicherinhalte auf die die beiden pointer zeigen und wenn sie gleich sind verschieben wir sie in richtung wort mit also den von anfang nach rechts und den von ende nach links das wort wird dann akzeptiert wenn die pointer sich treffen und alle vergleiche erfolgen kann man auch sehr einfach implementieren braucht man nicht viel speicher dazu und man kann so eine sprache erkennen und sie sehen schon die beispiel die ich hier gebe sind alles samt beispiele die wir auch in den formalen sprachen schon so ähnlich kennengelernt oder gesehen haben und die man auch mit einfachen grammatik modellen teilweise schon schon bearbeiten kann okay das also soll uns erst mal reichen als beispiel für in dem fall deterministische log space ein wichtiges thema wenn man jetzt über effizienz spricht was wir jetzt hier gerade tun egal ob es jetzt polinomielle effizienz oder log space effizienz meint ist dass man natürlich auch oftmals funktionen effizient berechnen will also gerade wenn es so um umwandlungen und umformungen geht ist man oft sehr daran interessiert dass diese sehr effizient durchgeführt werden das heißt wenn wir diese klassen betrachten interessieren uns oft nicht nur entscheidungsprobleme sondern auch berechnungsprobleme und das lässt sich auch ganz einfach definieren ja eine totale funktion f ist in polinomieller zeit berechenbar wenn sie wenn es eine polinomielle zeit beschränkte deterministische turing maschine m gibt die f berechnet das heißt also f ist gleich die funktion die m definiert okay das ist genau das was man erwarten würde würde ich vermuten ja etwas ist polinomiell berechenbar wenn es einen algorithmus gibt der in polinomierer zeit berechnet ja so macht man das mit polinomierer zeit wie machen wir es jetzt mit logarithmischem speicher da ist es wieder nicht ganz so einfach da muss man etwas aufpassen weil das hatte ich ja schon mal erklärt der die eingabe könnte größer ist größer als der speicher den wir zur verfügung haben wir müssen sie auf einem getrennten band darstellen aber das gleiche könnte natürlich auch für die ausgabe gelten ja stellen sie sich vor eine ganz einfache funktion wäre es zum beispiel dass man die jedes bit in der eingabe umkehrt ja jede 1 wird eine 0 jeder 0 wird eine 1 es ist offenbar sehr einfach zu berechnen ich brauche da sicherlich nur logarithmischen speicher dazu überhaupt keinen speicher aber trotzdem ist die ausgabe die ich so erzeuge natürlich genauso groß wie die eingabe also größer als logarithmischer speicher ich kann sie also nicht auf meinem arbeitsband ablegen und deshalb geht man bei logarithmischen speicher beschränkungen wieder so vor dass man das touring maschinen modell ein bisschen abhandelt wir definieren etwas länger wie sie sehen was eine funktion ist die in logarithmischen speicher berechenbar ist ja eine totale funktion f ist in logarithmischen ist in logarithmischen speicher berechenbar nun gut wenn es eine drei band deterministische turing maschine m gibt drei bänder die f wie folgt berechnet erstens die eingabe befindet sich auf dem schreib geschützten eingabeband das kennen wir schon von log space entscheidern zwei die durch maschine verwendet maximal logarithmisch viele speicher zählen auf dem arbeitsband das ist das zweite band und drei die ausgabe wird auf das ausgabeband das ist das dritte geschrieben und da darf man pro zelle nur ein einziges mal schreiben und niemals lesen kann also nicht das ausgabeband als zusätzlichen arbeitsspeicher missbrauchen sondern das darf wirklich nur geschrieben werden ist so eine art datenstrom der nur ausgegeben und dann vergessen wird okay und auf diese art kann man auch logarithmisch berechenbare funktionen gut definieren ein wichtiger anwendungsfall für diese effizient berechenbaren funktionen allgemein sind reduktionen ja also wir wollen oft ein problem auf ein anderes reduzieren und das ist natürlich besonders sinnvoll wenn diese reduktion einfach zu berechnen ist wenn sie sehr kompliziert ist dann könnte die reduktion im schlimmsten fall das problem ja schon lösen also wenn ich den ganzen rechenaufwand schon in der reduktion in die reduktion stecke dann könnte ich natürlich einfach nur das ergebnis als ergebnis der reduktion ausgeben und es wäre keine echte reduktion von einem problem auf ein anderes sondern einfach bloß die reduktion von einem problem auf sein ergebnis das wäre etwas langweilig also wir wollen schwache reduktionen die nicht selbst schon das problem lösen können und dafür sind diese effizienten klassen gerade gut eine vielleicht die am weitesten verbreitete art von solchen reduktionen sind polynomielle many one reduktionen many one reduktion kennen sie schon aus früheren videos eine polynomielle many one reduktion ist jetzt einfach eine die polynomiell ist nochmal mit allen details eine polynomiell berechenbare funktion f die zeichenketten vom eingabe alphabet auf andere zeichenketten im eingabe alphabet abbildet ist eine sogenannte polynomielle many one reduktion von einer sprache p auf eine andere sprache q in symbolen p kleiner gleich mit kleinem p hier für pronomiell q wenn für alle wörter über dem eingabe alphabet gilt das wort ist in p enthalten genau dann wenn der funktionswert des wortes in q enthalten ist das ist also genau die selbe definition für pulpen wie für many one reduktion allgemein nur dass wir hier noch das polonomiell an zwei stellen eingeführt haben das ist eine polonomielle many one reduktion und die wird uns noch oft interessieren und auch oft begegnen man sagt auch einfach oft polonomielle reduktion das many one wird gern weggelassen das ist in der regel die polonomielle reduktion mit der man arbeitet logarithmische many one reduktion können analog definiert werden ich könnte das mit logarithmisch berechenbaren reduktionen machen wir beschäftigen uns nicht länger damit es gibt aber die möglichkeit alles was wir mit polonomiellen machen auch mit logarithmischen zu machen tatsächlich ist es sogar so wenn sie noch mehr beispiele für logarithmisch berechenbare funktionen wollen dass so ziemlich jede reduktion die man in der praxis verwendet auch mit logarithmischem speichern arbeitet aber manchmal muss man ein bisschen mehr argumentieren dass das wirklich so ist aber es ist oft möglich also vieles von den reduktionen die man so antrifft ist logarithmisch machbar tatsächlich hat noch nie jemand irgendeinen einen fall gefunden in dem man nicht auch mit logarithmischen speichern eine reduktion die man gebraucht hat angeben konnte ja wie gesagt beweisen kann man das auch schlecht wir wissen ja nicht ob logarithmischer speicher und polonomielle zeit nicht vielleicht sogar dasselbe sind aber trotzdem nehmen wir die polonomielle zeit einfach deshalb weil das leichter zu sehen ist ja in der regel reicht uns das wir wollen nicht noch noch engere grenzen finden ok polonomielle many one reduktion das können wir jetzt nutzen als es ein sehr hilfreiches werkzeug um die komplexität eines problems festzustellen und die idee dazu ist wirklich ganz einfach wie sie hier geschrieben ist wenn man ein problem a leicht auf ein leichtes problem b reduzieren kann dann ist a ebenfalls leicht ist klar oder satz falls a polonomielle many one reduziert werden kann auf b und b in p time liegt dann ist auch a in p time und der beweis ist offensichtlich man muss einfach nur die polonomiellen teile dieser prozeduren hier hintereinander ausführen zuerst reduziert man und anschließend löst man beides geht in polonomierer zeit und die polonomielle reduktion kann natürlich ein polonomiell größeres ergebnis haben als die eingabe das war ja also wenn sie etwas polonomiell reduzieren kann es passieren dass zum beispiel das ergebnis nicht mehr n zeichen lang ist sondern n hoch 10 zeichen lang das ist immer noch polonomiell und dieses größere ergebnis müssen sie dann dieses n hoch 10 lange ergebnis müssen sie dann polonomiere zeit lösen wenn das zum beispiel ein quadrat war dann haben sie n hoch 10 quadrat an zeit benötigt aber das ist immer noch ein polonom ja wenn sie mehrere polonome verketten dann entsteht dabei auch wieder ein polonom deshalb haben sie insgesamt die polonomiell zeit hier gezeigt ja also sie sehen robustheit ist hier ein wichtiger aspekt für diesen beweis damit das funktioniert das kann man also zeigen und solche ähnlichen sätze haben sie schon bei der berechenbarkeit gesehen ja wenn man probleme auf entscheidbare probleme entscheidbar reduzieren kann dann ist das dann sind sie selbst entscheidbar so in dieser richtung und bei der berechenbarkeit haben wir aber auch schon gesehen dass es ganz interessant ist diese art von setzen etwas umzukehren also kontrapositiv zu bilden das sieht in dem fall so aus und ist auch sehr interessant falls nämlich wir finden dass ein problem a polonomiell auf ein problem b reduziert werden kann aber a selbst nicht polonomiell lösbar ist dann folgt daraus dass auch b nicht polonomiell lösbar ist das ist der gleiche satz wie oben nur mit ein bisschen logischem hin und herschieben von dingen ja wenn wenn das die konklusion folgen würde wenn also b polonomiell lösbar wäre dann wäre ja wegen dem satz hier oben auch a polonomiell lösbar was wir als annahme verneint haben ok kontrapositiv gut das ist also eine nützliche methode um festzustellen oder zumindest zumutmaßen dass ein problem b nicht polonomiell lösbar ist wenn wir davon ausgehen können dass a auch nicht polonomiell lösbar ist ok das also zum thema polonomiell reduktion jetzt kommt noch ein beispiel für selbige ganz am ende wir hatten die zweifärbarkeit gesehen als pardon wer hat sie noch nicht gesehen ich möchte ihnen das als neues problem einführen und zwar ist die zweifärbarkeit das was man da vielleicht erwarten würde wenn man dreifärbarkeit schon mal gesehen hat gegeben ist ein ungerichteter graph g also eine menge von knoten und kanten aber ohne pfeilspitzen daran und die frage die es zu beantworten gilt ist kann man die knoten von g mit zwei verschiedenen farben zum beispiel rot und blau so einfärben dass keine gleichfarbigen knoten durch kanten verbunden sind also immer abwechselnd kolorierte knoten keine gleichfarbigen nachbarn das ist das ziel und das lässt sich effizient lösen wie wir gleich sehen werden und wir wollen das lösen mit hilfe einer reduktion und jetzt müssten wir also das problem reduzieren auf ein schon bekanntes effizient lösbares also polinomiell lösbares problem da haben wir jetzt nicht so viele gesehen oder besprochen und was sich anbietet ist tatsächlich eines von denen die wir gesehen haben nämlich das zwei sat problem ja also wir können zeigen dass die die zweifärbarkeit two colorability in brünnemer zeit ist indem wir es auf zwei sat reduzieren wie tun wir das für jeden knoten v vertex v im grafen führen wir ein neues propositionales atom ein das nenne ich jetzt p von v das gehört also zu diesem knoten v und für jede kante die hier ist als gerichtete kante illustriert eigentlich hatte ich ja gesagt keine pfeilspitzen also wenn sich den fall auch wegdenken und nur ein strich haben für jede kante von v nach w führen wir zwei klauseln ein und zwar eine klausel die p v und p w enthält also beide positiven atome enthält die hier vorkommen und eine die nicht p v und nicht p w enthält und da können sich jetzt überlegen was heißt das naja das ist ja ein oder so eine klausel also steht hier p v oder p w muss gelten aber gleichzeitig muss nicht p v oder nicht p w gelten also mit anderen worten eine der beiden propositionen muss wahr sein die andere muss falsch sein wir können wählen welche welche ist und sie sehen schon wie das funktioniert warum wir hier zwei farben auf zwei sat abbilden können in der logik haben wir natürlich zwei wahrheitswerte wahr und falsch und das könnten ja unsere farben sein und im prinzip machen wir nichts anderes hier als die propositionen mit einer der beiden farben war oder falsch anzustreichen und die logischen bedingungen die ich hier geschrieben habe drücken genau das aus dass also zwei unterschiedliche farben bei den nachbarn gefordert sind und dass jeder nachbar eine farbe haben muss drücken sie auch gleich mit aus ok diese reduktion ist offenbar also für jedes atom ein für jedes link noten ein atom das ist linear und für jede kante ein zwei klauseln das ist auch linear nur verdoppelt dass die anzahl der klauseln also linearer faktor ist hier ein konstanter faktor ist hier drin und das ist also offenbar machbar die reduktionseigenschaft gilt außerdem die reduktionseigenschaft damit meine ich die wesentliche korrektheitseigenschaft von many one reduktionen die also sagt ein eingabe liegt in dem einen problem genau dann wenn die das reduktionsergebnis in dem anderen problem enthalten ist wir zeigen die beiden richtungen getrennt wenn der graph 2 verbar ist dann verwenden wir einfach die farben als wahrheitswerte und erhalten dadurch eine erfüllende zuweisung also rot wird war blau wird falsch oder umgekehrt das ist egal man kann natürlich auch sehen in diesen fällen sind die lösungen immer symmetrisch für jede lösung gibt es immer noch mindestens noch eine zweite lösung die man erhält indem man einfach die farben austauschen es gibt auch fälle in denen es noch mehr als zwei lösungen gibt wir können ja mal überlegen wann das passiert wenn eine formel andersherum wiederum erfüllbar ist das jetzt die rückrichtung der implikation dann sehen wir also wenn diese spezifische formel erfüllen ist dann erfüllt ist dann sehen wir dass die wertzuweisung uns eine korrekte zweifärbung gibt das ist einfach die einsicht dass das hier genau die bedingungen modelliert die wir brauchen für zweifärbbarkeit wenn die also logisch erfüllt sind dann haben wir auch zweifärbbarkeit ok so weit so einfach hoffentlich ok damit sind wir am ende dieser vorlesung zum thema effizienz in form von poinomere zeit in form von logarithmischen speicher und haben auch schon ein paar beispiele gesehen als nächstes wollen wir uns stärker den nicht deterministischen klassen zuwenden das kommt in in meinen nächsten videos natürlich fangen wir mit dem ganz großen mit dem star unter den komplexitätsklassen an np darüber gibt es einiges zu sagen da habe ich eine reihe von videos für sie vorbereitet und dann schauen wir auch noch mal auf nicht deterministischen logarithmischen speicher und sehen was man damit so anstellen kann bis dahin tschüss und auf wiedersehen so so so